Yo Leute! Ich spiele heute mit euch Dragon Ball Z! Monika Tenshashi 2 Z. Einfach mal ein normales, spontaner Kampf. Und äh... Schreibt in die Kommentare, ob ihr Dragon Abenteuer sehen wollt. Denn wenn ihr es sehen wollt, wie ich das durchjocke, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und ich werde dann mal gucken, ob ich das dann machen werde, weil ich hab eigentlich schon Bock da drauf. Aber jetzt machen wir mal ein ganz normales, spontanes Duell. Machen wir Teamkampf. Nehmen wir Piccolo. Und... Zufall. Gegen... Zufall. Und... Oh nein, ich bin Zufall. Okay, dann mach ich nochmal Zufall. Wir wissen auf jeden Fall, Piccolo ist dabei. Und wer wird wohl noch dabei sein? Die spannende Frage des Jahrhunderts. Oh, es läuft. Oh, es geht los. Piccolo gegen... Tenzimon! Oh, fuck! Oh, fuck! Granate! Paps, Junge! Weg damit! Oh! Donderbar! Nein, 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 nein! Oh, ich greife die jetzt schon wieder rein! Chilibole! Lichtgranate! Oh, shit! Oh, shit! Keine Ahnung. So, Gohan ist doch bei uns. Ein cooler Mann. Superkamer macht genau vor ihm. Das war mal ne richtig geile Attack. Höchst! Woha, Säcker! Me- Weg damit! Jetzt gegen... Ähm... Wie geht? Da. Irgendwie so ein böser Wegt技ler irgendwie so was. Ich habe das Pico-Loran gemacht. Liss Granat. Boah! Alex Sowen und nicht gerade nach der S-Falst tut. Quatsch! Ich wäre jetzt mal nur ab. Oh shit! Piccolo, du wirst nicht sterben! Niemals! K.O. Sieger! So, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch mehr davon sehen wollt. Und die Dragon Abenteuer Serie sehen wollt. Tschau, bis zum nächsten Mal. Mach's gut! Tschau, tschau! Tschau, tschau! Tschau, tschau! Tschau!